Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich finde es völlig richtig, was inhaltlich hier gesagt worden ist, sowohl zur Entlastung der KMU, auch von bürokratischen Hürden, zur Vereinheitlichung, Vereinfachung des E-Commerce und dazu, dass Bücher, egal ob sie in elektronischer Form oder in Papierform herausgegeben werden, letztlich den gleichen steuerlichen Regeln unterliegen. Ich glaube, dass das wichtig und richtig ist. Ich glaube aber gleichzeitig, dass es notwendig ist, dass, wie der Europäische Gerichtshof betont hat, die europäischen Staaten, die Nationalstaaten weiterhin die steuerliche Hoheit haben, zu bestimmen, welche steuerlichen Regelungen in ihren Staaten gelten. Und das sollte auch die Kommission beachten, dass nicht jede sinnvolle Regelung auch immer auf europäischer Ebene getroffen werden muss. Manches kann auch sinnvoll in den Nationalstaaten weiterhin geregelt bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank.